Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Genau, das war die doofe Stelle. Und ich wollte hier nochmal anfangen, richtig. Ich wollte hier nochmal anfangen und ganz gesittet hier rüberspringen. Scheiße. Come on! Das sieht doch eigentlich gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Okay. Also ich gehe einen Schritt nach links, dann gehe ich nach vorne und fall runter. Nein. Wir gehen einen Schritt nach links. Eigentlich nach links. Und nach hinten und drehen uns mehr in die Richtung. Nee, ist irgendwie auch dumm, oder? Das ist irgendwie alles sehr dumm. Okay, also. Einfach nochmal ausrichten und schauen, wo wir hinspringen. Das war zu weit rechts. Wieso finde ich das so schwer, in dieses beschissene Seil zu springen? Das war zu weit links. Come on, das war zu weit rechts. Okay, ich brauche anscheinend ein bisschen mehr Feingefühl für sowas. So. Das ist doch zu weit rechts. So, so sieht das doch gut aus, oder? Ja, so sieht das wunderbar aus. So. Und wir wollen hier nochmal speichern. Ich hoffe, ja. Genau so hat es nämlich nicht funktioniert. Okay. Okay. Also nochmal das hier laden. Aber ich war schon mal dran. Das ist schon mal ein Erfolg. So. Muss ich jetzt ein Stückchen weiter nach rechts oder nach links? So sieht doch gut aus. So sieht gut aus. So. Ich möchte hier nochmal speichern. Und wehe, das geht jetzt nicht. Okay, es funktioniert. So. Und wir schwingen. Und wir schwingen nicht zu knapp, damit wir diesmal auch rüberkommen. So. Und springen. Und das war nicht ausreichend. Wieso war das nicht ausreichend? Scheiße. Hä? Wieso kann ich mich ja jetzt nicht mehr festhalten? Wollt ihr mich verarschen? Verarschen. Okay. Also nochmal. Och Mann. Irgendwie habe ich meinen Flow verpasst, glaube ich. So. So sind wir schon mal dran. Okay. Dann geh doch jetzt mal ein Stückchen weiter nach unten. Wir waren auch gar nicht ganz unten, glaube ich. Aber gut. Wir wollen jetzt einfach mal in Ruhe schwingen. Ein paar Mal hin und her. Ähm. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Vielleicht noch zweimal mehr. Ganz in Ruhe. Wir haben alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Kann ich hier speichern? Wir können es probieren, ne? So. Das war schon mal gut. Okay. Dann ist hier doch der perfekte Ort, um zu speichern. Bevor wir da wieder irgendwie runterfallen. Oder wo müssen wir nochmal hin? Da hinten hin, ne? Und dann müssen wir da runter. Beziehungsweise, ja, dann ist die Frage, wo wir hin müssen. Denn das hat beim letzten Mal ja nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Wir könnten vielleicht da an die Stange, ne? Das wäre ein Versuch wert. Aber die ist ein bisschen weit rechts, würde ich sagen. Oder kannst du da, da kannst du dich nicht runterlassen, oder? Das sieht alles nicht so, nicht so gut aus. Wenn ich mich jetzt hier runterlasse, dann wird sie doch ganz nach unten fallen, oder? Kann ich mal speichern hier. Ja, dann fällt sie ganz runter. Ne, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Kannst du? Aber ich kann ja auch sonst nirgendwo hin, ne? Ich kann mich nicht gesittet runterlassen. Fuck. Das ist doch blöd. Das ist doch sehr blöd. Und ich kann auch nicht nach hinten springen. Ich muss später da irgendwie hochkommen. So. Okay. Habe ich noch ein großes Medipack? Ne, ich brauche dieses Medipack. Sheet. Ich habe auch keine Grappling Ammo. Ähm. Okay. Wie habt ihr euch das gedacht hier? Oder muss ich mich im richtigen Moment runterlassen? Kann das sein? Ist das irgendwie besser? Ich habe keinen Plan. Scheiße. Scheiße. Hä? Hä? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Medipack nehmen. Vielleicht speichern. Man weiß es nicht, ob das was bringt oder nicht. So. Dann bitte hier. What the fuck? Okay. Wir laden noch mal das hier und hängen dann ja hier. So. Ich will jetzt einfach so weit wie möglich nach rechts gehen. Ne, ne, ne. Runter. Runter, runter, runter. Aber so weit wie möglich nach rechts und fallen lassen. So. Du gehst Schritte nach rechts. Der Typ hat... Ah. Der Typ hat dich nicht bemerkt. Ich muss langsam gehen. Kann das sein? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. So. Oh Gott. Nimm das große Medipack bitte und geh da durch und hau ab. Hau einfach ab. Okay. Wow, 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 wow. Ach so. Der kommt mir hinterher. Ja, gut. Wenn es nur du bist, Junge, dann... Oh, jetzt habe ich die Grapplinghook, ne? Wenn nur du das Problem bist, dann kann ich dich aber auch erledigen. So. Hier nicht wieder ins Feuer reinlaufen. Und jetzt hier den Aufzug betätigen. Okay. Ach so, ich hoffe, mein Audio geht heute wieder übrigens. Das habe ich irgendwie die letzten zwei Folgen verplant, dass es irgendwie nicht ging. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Hallo? 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 Oh Gott. Was passiert hier? Was passiert hier? Hier kommen irgendwelche Typen. Und ich kann hier nichts machen, ne? Ja, schieß doch. Wieso schießt sie nicht? Warte, wir laden noch mal. Wir laden einfach noch mal. Nehmen die hier im Rapid Mode, ja. Das Ding ist... Oh boah. Das sind ein bisschen zu viele Typen, ne? Und ich habe nur zwölf Schuss. Zwölf Schuss sind nämlich nicht so gut. Hallo? Geht die Tür jetzt auch mal auf? Oder muss ich dagegen laufen? Hallo? Hallo? Ich möchte hier raus. Oh, jetzt sagt nicht, dass es hier nicht gespeichert wurde, oder was? Oder nicht richtig gespeichert wurde. What the hell? Ich möchte hier raus. Hallo? Okay, ich glaube, wir laden noch mal. Fuck. Ich habe das überschrieben. Fuck. Shit. Okay, naja, gut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, wir haben es ja beim ersten Mal auch ganz gut gemacht. Scheiße, der Typ... Oh, der Typ hat mich aber auch gleich gesehen. Das war, glaube ich, nicht so gut. So, jetzt läuft er gerade nicht, ne? Nee, 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 du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Fuck. Das war nicht so gut. Beim ersten Mal war es besser. Komme ich da nicht wirklich, wirklich nicht raus? Come on. Come on. Hallo? Scheiße. Ach, Mann. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Ich warte mal, bis er wieder rumläuft. Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Nee, es war nicht so gut, ne? Oder? Okay, vielleicht war es doch ganz gut. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Okay. Take, take the pack, take the pack. Oh mein Gott, ich habe es fast geschafft, ohne. Irgendwie. Nee, warte. Die hier bitte. Rapid Mode, ja. Okay. Großes Medipack nehmen. Und dann speichere ich hier nochmal und werde es nicht überschreiben. So. Und dann begeben wir uns jetzt nach oben und können hoffentlich die ganzen Typen ausschalten. Ja, kommt her, kommt her. Kommt her. Shit. Shit! Ich habe keine Muni mehr. Was soll ich denn da machen? Wir gehen einfach, ne? Aber mir fehlt hier irgendwas. Shit. Mir fehlt hier irgendwas. Ich würde mich gerne... Ah, sie guckt da oben irgendwie hin. Was kann ich denn da machen? Kann ich da hoch? Vielleicht kann ich da anders hoch. Es ist halt blöd. Wenn ich eine Salve mehr hätte, könnte die Typen erledigen. So, was von erledigen könnte ich sie. Oder... Warte, wir müssen doch in Sniper Mode gehen. Klar, wir gehen in Sniper Mode und dann reichen nämlich 12 auch aus, um denen einen Headshot zu geben. Kann das sein, dass es irgendwie einen Bug gibt, wenn ich meine Waffe raushole oder wenn ich da irgendwas mache? Weil irgendwie fanden die das jetzt gerade nicht so gut, ne? Ich bin jetzt irgendwie nicht mehr rausgekommen. Gut, dann machen wir das jetzt so nochmal im Sniper Mode und hoffen, dass wir die alle bekommen. Ich weiß nicht, waren das jetzt zwei oder drei Typen? Wenn es nur zwei sind, dann geht es ja voll. So, Tür auf, bitte. Tür auf, bitte. Tür auf, bitte. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Redet hier jemand mit mir? Kann die Tür bitte aufgehen? Hä, ist das ein Bug oder was? Ist das ein Bug oder was? Ich möchte hier raus. Okay, wir probieren es nochmal. Daraufhin, dass das jetzt geht. Nee, ich wollte doch den Sniper Mode. Soll ich die jetzt schon equippen? Ja gut, mach mal. Oder wir machen es doch gleich im Aufzug. Ich weiß nicht. Oder erst später. Ich weiß es nicht. Hauptsache, wir kommen hier raus. Ich stehe jetzt einfach hier. Ich warte jetzt hier einfach. Tür? Ach, komm schon. Was ist denn das für ein Bug? Was soll denn das? Hallo? Hallo? Ey, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, finde ich das aber richtig dumm. Oder muss ich dabei stehenbleiben oder irgendwas? Wir machen jetzt mal noch nichts mit der Waffe. Versuchen einfach nur hochzufahren. Und ich bleibe auch ganz brav hier vor dem Paneel stehen, bis die Tür aufgeht, okay? Deal? 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 Come on! Ey, wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das? Was soll denn das, Lara? Hallo? Was soll das? Was hatte ich davor, ähm, gespeichert übrigens? Kann ich da irgendwie... Das war auch hier, ne? Und das ging irgendwie auch nicht mehr. Da kam ich auch nicht weiter. Damn it! Das kann doch nicht sein! Oder ist das so? Soll das so? Und das soll doch nicht so, oder? Wir holen mal jetzt unsere Waffe raus. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Was? What the hell? Lasst mich raus! Was? Irgendwie... Ist das doch nicht richtig. Nein. Oh Gott. Jetzt mache ich es wieder zu. Nein, so sollte das nicht sein. Vielleicht hätte der mich sogar gar nicht bemerkt. So. Weißt du was? Wir wollen, glaube ich, gar nicht unsere Zeit mit dir so wirklich verschwenden. Und deswegen renne ich hier einfach hin. Shit. Okay, ist doch ein bisschen dumm, ne? Ist vielleicht doch ein bisschen dumm. Und vielleicht sollte ich doch meine Gun nehmen. Jetzt habe ich auch nur noch weniger Schuss. Shit. Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay. Okay. Jetzt nehmen wir aber gleich, nein, 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 nein. Gleich den Sniper-Mode und speichern nochmal. Nein, warte. Speichern nochmal hier. Okay. So, Waffe weg. Affe tot. Und wir fahren nach oben und hoffen jetzt, dass es wieder geht. Und dann werde ich gleich, wenn die Tür aufgeht und ich rauskomme, hoffentlich, doch, dann werde ich speichern. Dann werde ich speichern und kurz mal meinen Wecker ausschalten. So, gespeichert haben wir, ne? Ich denke schon. Ich denke schon. Okay. Sicher ist sicher, genau. Ähm, Sniper-Mode haben wir. Come on. Hallo. Oh, ich bin fast tot. Großes Medipack. Fuck. Jungs. Ich sollte ein bisschen näher ran. Okay, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Okay. Ab wo wird das dann getriggert? Kann ich das vielleicht umgehen? Aha. Vielleicht kann ich hier hin? Nee, aber... Oder kann ich hier hoch? Nee. Geht nicht. Aber sie hat nämlich bei... Irgendwann so hier hoch geguckt. Aber gut, wahrscheinlich muss ich die Kerle erst erledigen. Wenn sie denn kommen. Wenn sie getriggert werden. Oh nein, jetzt werden die auch nicht mehr getriggert, oder was? Was ist denn das hier für eine Stelle? Ich habe ja hier auch nichts zum Einsetzen. Fuck. Ich meine, es ist schön, wenn sie nicht getriggert werden. Aber ich bin der Meinung, die müssen getriggert werden. Sonst habe ich hier ein Problem. Würde ich mal denken. So, und wie komme ich jetzt da hoch? Wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht. Ach, komm on. Wo muss ich denn hin? Muss ich da an die Decke und mich denn irgendwie... Ah, ich muss da die Türen öffnen, ne? Ich komme jetzt nur irgendwie nicht dort nach oben. Oh, wieso ist diese Stelle so buggy? Okay, wir laden nochmal. Gucken mal, ob die jetzt hier kommen. Oh, scheiße. Okay. Da habe ich ja auch nochmal gespeichert. Kommen die jetzt hier? Nein. Nein, sie kommen nicht mehr. Vielleicht wollen die wirklich, dass ich das alles in einem Abwasch schaffe oder... Ja, aber es ist doch dumm irgendwie, wenn das nicht funktioniert hier. Mit dem direkt davor speichern und so. Okay. Jetzt geht das noch. Ah, fuck. Ich bin tot. Kann ich die überhaupt mit Tapshot bekommen? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Vielleicht sollte ich gleich doch mein großes Medipack nehmen. I don't know. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Hello. Du hast irgendwie eine spezielle... Ah, okay. Hallo, ich schieße dir ins Gesicht. Das ist schon klar, oder? Oh, ich glaube, ich schieße dir gar nicht ins Gesicht, weil ich keine Muni mehr habe. Kann das sein? Shit. Äh, das war, weil ich da nur noch fünf Schuss oder so... Ne, 14 Schuss habe ich. Ja, dann sollte ich das doch eigentlich hinbekommen. Sogar ja mehr als ich davor beim Speichern hatte, glaube ich. Das sollte ich doch eigentlich hinbekommen. So. Oh Gott, wieso guckt sie denn da irgendwo hin? Hallo. Der Typ steht direkt hier vor dir. Und ich bin tot. Ich muss denen einfach einen richtigen Hebshot geben. Hm. Okay. Großes Medipack. Großes Medipack. Die Typen ins Gesicht schießen, bitte. Warte. Du gehst einfach näher ran und schießt ihm ins Gesicht, okay? Gut. Halleluja. Halleluja. Ich hoffe, ich kann das jetzt so auch speichern. So, du hast da oben hingeguckt. Das ist ja schön und gut. Das ist schön und gut, aber es... Es sagt mir immer noch nicht, wie ich da jetzt hochkomme, ne? Oder... Ja, I don't know. Kann ich nicht hier hoch? Oder ist hier irgendwas an der Wand? Was ist das? Was soll das sein? Hätte ich hier? Hätte ich vielleicht die Typen doch nicht gebraucht. Hätte ich das Trigger nicht gebraucht? Oder doch? Weil die haben... Ah, genau. Die haben hier Seile. Eure Seile brauche ich wahrscheinlich. Okay, das ist wahrscheinlich zu weit. Wo ist das Seil? Wo genau ist dein Seil? Wie komme ich da hin? Och, Lara. Soll ich mal... Oder soll ich von da oben heranspringen vielleicht? Vielleicht ist das einfacher. Komm nochmal hier hoch. Hier hoch. Oh Gott. Ah! Hier einfach hoch. Danke. So, Perspektive bitte. So, nochmal hier speichern. So, das war grandios. Hat nicht funktioniert. Vielleicht muss ich doch noch mit Anlauf. Das war auch nicht gut. Okay. Nein. Bitte rückwärts. Nein. Och, Lara. Bitte rückwärts. Oder zur Seite. Ist eins davon höher? Ne, die sind beide gleich, oder? Sollte ich doch an beide rankommen? Nein! Okay, irgendwie... Scheine ich das nicht so richtig einschätzen zu können, wo dieses Seil ist. Nein. Das war auch viel zu weit. Heiei, 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 heiei. So. Wie wär's denn von hier aus? Einmal so ran? Ne? So, hat das jetzt nicht funktioniert? Wo ist das Problem? Oder soll ich eher an das hier? Aber das krieg ich irgendwie von hier auch nicht, oder? Na, vielleicht rutscht sie ja immer so ein bisschen nach vorne, glaube ich, beim Springen. Aber so scheint sie es nicht zu kriegen. Nee. Hä? Irgendwie bewege ich mich immer weiter davon weg, habe ich das Gefühl. What? What? Was soll das? Das war auch selten dämlich. Selten dämlich. So. Das war viel zu weit. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Bis ich diesen Sprung dorthin schaffe. So. Nein. Wieso? Das war doch gut, oder? Oder soll ich von hier, vom Pflanzenkübel, mal abspringen? Vielleicht ist das besser. Oh Gott, ich sehe aber auch nicht so super viel, like, also in welche Richtung ich so richtig springe. Kann das sein, dass wir die nicht benutzen können? Aber wie soll ich denn dann? Hä? Wie soll ich denn dann da hochkommen? Kann mir das jemand verraten? Nee, das war auch ein bisschen weit weg. Nein, das war falsche Richtung. Wie soll das denn gehen, Lara? Hast du dazu eine Anleitung? Kannst du mir irgendwie weiterhelfen in diesem Punkt? Hä? Okay, gucken wir uns nochmal systematisch um. Wir haben diese Seile, die eine Möglichkeit wären, um nach oben zu kommen, beziehungsweise um darüber zu schwingen. Und ich sehe keine andere Möglichkeit, als an dieses Seil zu springen, um darüber zu kommen. Ich weiß nicht, wieso das so schwer zu sein scheint, oder unmöglich. Hä? Das scheint echt nicht zu gehen. Das scheint echt nicht zu gehen. Aber wie soll ich denn dann da hoch? Wie soll das gehen? Vielleicht muss ich da halt wirklich von dem hier und da auch richtig mit Schmackes drauf zurennen. Nee, aber das war doch eigentlich schon eine richtige Richtung, oder? Es sah doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber es scheint schlecht gewesen zu sein. Ja, I don't know. Wenn das so nicht geht, dann habe ich auch keinen Plan. Ich versuche mich jetzt nochmal da drunter zu stellen. Wenn ich weiß, wo da drunter ist. Jetzt sehe ich es irgendwie gar nicht mehr. Jetzt ist es irgendwie links von mir. Jetzt ist es irgendwie noch linkser. Jetzt ist es irgendwie hinter mir. Vor mir. Keine Ahnung. Ah, Lara. Lara, Lara, Lara. Wieso magst du da nicht ran? Nee, irgendwie... Irgendwie ist das immer woanders. Nee, okay. Irgendwie glaube ich nicht, dass das die Lösung ist. Brauche ich nochmal so einen Grappling-Hook? Ich habe halt leider keinen. Oder muss ich... ...dat drauf schießen? Wehe, ich verdaddle jetzt hier meinen schönen Schuss. Naja gut, ich kann ja wieder laden. Ja, das bringt nämlich gar nichts. Oh, jei, jei. Wie habt ihr euch das gedacht? Weil auch von hier... ...kann ich doch nicht darüber. Oder? Wenn ich jetzt sage, ich laufe bis hier hin... Nee. Nee. Oder auch von hier, das... ...von dem untersten, das wird nicht reichen. Und was anderes als Möglichkeit, als diese Strippen, sehe ich nicht. Ey, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich kurz vorm Ende nochmal an die Lösung gucken muss oder so. Wir müssen ja definitiv dort oben hin. Wie soll das denn sonst gehen? What the fuck? Ich kann ja auch nicht... ...hier irgendwie ran. Ich bin irgendwie mit meinem Latein am Ende. Wie haben die sich das gedacht? Und wieso ist es hier so grau? Was bedeutet das? Was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn? Wie in WINICHT? Wie in WINICHT? Was bedeutet das denn?